Hallo und willkommen zu Part 15, mein Let's Player Mario Kart 8 Deluxe. Heute geht's zum Schlachtmodus. Wie gesagt, ich spiele meine Leiche eben mit Koopa, Nebulide, den Stickgreifen und dem Parasegel eben. Ballonschlag, ohne Team ist Standard, Standard Items, 3 Minuten Runden da, das ist auch noch ein bisschen kleineres. Dann machen wir 3 Minuten, das ist 3 Minuten, das ist genug eben. Kommen Fahrzeuge normal eben, Kommen Fahrzeuge, alle Fahrzeuge eben. Schrecke Ausfälle und Runden sind 4 Runden eben. Oder geht auch noch etwas kleineres eben. Nein, nur 4 Runden. Okay, 4 Runden, nur 4 Runden. Machen wir 4 Runden eben. In der Kampff..., in der Kampff..., ecst ja mal, wo saweln, ja... Er strunde in der Kampfarina. Es ist in Ballonenbeleid, da geht's eben darum, die Balance abzuschießen eben. Und wenn man 3 bei uns verliert, dann gibt es ein Minuspunkt und es geht nach Treffern eben. Je mehr Treffer, desto mehr Punkte bekommst du eben. Und ja, der mit den meisten Treffern gewinnt eben am Ende. Aber ich bin dann eigentlich 1,4,5 da bei uns hier. Wenn du nicht alle verlierst, dann ja, Minuspunkte eben. Wenn du nicht alle verlierst, dann ist es ein Minupunkt und da die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020